Tanja, was ist dein Job? Ich bin zuständig für den berufsschulbegleitenden Werksunterricht und für den Besuch von Schulen. Wie viele Mädchen machen jetzt zurzeit eine technische Ausbildung? Zwei Damen sind bei uns in der Ausbildung. Wir hätten natürlich gerne noch mehr Unterstützung von weiteren Frauen. Wofür ist Weißtechnik Spezialist? Weißtechnik ist Spezialist dafür, dass wir Dinge bauen können, die andere Firmen nicht bauen können und dass wir sehr viele unterschiedliche Dinge machen. Krankenhaustechnik, Umweltsimulation, Wärmeöfen. Aus welchen Schritten besteht bei Weißtechnik das Bewerbungsverfahren? Das Bewerbungsverfahren besteht aus einem Test und aus einem recht lockeren Gespräch. Was macht eine Ausbildung bei Weißtechnik besonders? Dass wir uns sehr individuell, um die Auszubildenden kümmern, auf jeden Einzelnen eingehen. Mach dein Heute-Mittag schmerziges Gesicht. Mach dein date